Herzlich willkommen zum Operations Management Tutorial. Mit diesem kleinen Clip möchte ich versuchen, Sie in den Gegenstand von Prognoserechnungen im Operations Management hineinzuführen. Schauen wir uns zunächst dazu ein paar Problemaspekte an und fragen uns, wofür wir überhaupt Prognosen erstellen. Im Operations Management prognostizieren wir vielfältige Dinge. Zunächst denkt man ganz häufig an die Prognose von Bedarfen nach irgendwelchen Gütern oder Dienstleistungen, die zu erzeugen sind. Aber das ist nicht notwendigerweise das Einzige, was wir prognostizieren. Es kann auch sein, dass wir versuchen, Preise zu prognostizieren. Wir werden gleich Beispiele dazu sehen in den späteren Videoclips. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben in einem Callcenter angerufen und fragen sich, wie lange muss ich denn jetzt warten, bis ich endlich drankomme. Manche Telefonanlagen gestatten es auch dazu, Prognosen abzugeben und die den Anrufer dann mitzuteilen, im Sinne von, Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt eine Minute oder eine Stunde oder was auch immer. Stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, wie lange es denn dauert, bis Sie mit Ihrem Auto von A nach B gefahren sind, gegeben die gegenwärtige Verkehrslage oder die zu erwartende Verkehrslage. Dann sind Sie interessiert an einer Fahrzeitprognose oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen Fertigungsbetrieb und dort arbeiten Sie an Maschinen mit Werkzeugen, die sehr, sehr teuer sind, leider aber auch in dem Produktionsprozess verschleißen. Dann sind Sie zum Beispiel an einer Standzeitprognose interessiert. Sie wollen wissen, wie lange wird dieses Werkzeug denn seinen Dienst noch tun. Alles das sind Dinge, die wir prognostizieren können. Dafür brauchen wir Instrumente und damit werden wir uns dann im Weiteren hier beschäftigen. Vielfach ist das, was wir prognostizieren, das Ergebnis menschlichen Verhaltens. Denken Sie an das Anrufaufkommen im Callcenter und dann stellt sich die Frage, wie wollen wir da methodisch und gedanklich rangehen an den Versuch zu prognostizieren, wann wie viele Leute im Callcenter anrufen. Man könnte sich vorstellen, rein gedanklich zu sagen, wir bauen zunächst mal Mikromodelle des Verhaltens einzelner Menschen und aggregieren dann diese Modelle des Verhaltens einzelner Menschen, um zu einem Modell des Aggregats, der Gesamtheit der Menschen, zum Beispiel in einem Land zu gelangen. Das ist etwas, wenn man da kurz drüber nachdenkt, wo man merkt, nein, so wird das vermutlich nicht funktionieren, und jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal irgendwie bei einer Telefonauskunft oder bei einer telefonischen Kundenbetreuung eines Unternehmens oder einer Behörde angerufen, um irgendetwas zu erreichen oder zu erfahren. Und vermutlich wird keiner von Ihnen in der Lage sein, jetzt schon zu sagen, ob er in drei Wochen am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in dem Callcenter dieses einen Unternehmens anrufen wird oder nicht. Das kann keiner wissen. Und deswegen wird man also auf der Basis solcher Mikromodelle nicht arbeiten können. Interessant ist es aber, dass das Makromodell für das aggregierte Verhalten, was wir aus sich selbst heraus direkt erstellen, indem wir einfach nur aggregiertes Verhalten beobachten, extrem zuverlässig ist. Das sehen wir an vielen verschiedenen Stellen. Ein Beispiel dafür, wie gesagt, ist wieder dieses Callcenter. Sie sehen hier Daten eines Callcenters, die ich mal ausgewertet habe. Das war auch eine telefonische Auskunft. Da konnte man in diesem Telefonunternehmen Telefonnummern erfragen, sich auch verbinden lassen und andere Dienste bekommen. Und da arbeiteten viele, viele Menschen. Es gab viele Anrufe. Sie sehen also, dass da innerhalb von einem Halbstundenintervall durchaus mal 8, 10 oder 12.000 Anrufe eingehen konnten. Dass also im Laufe eines Tages oder einer Woche immens viele Menschen dort angerufen haben. Keiner von denen wusste das vorher genau, wann er das tun würde. Aber das aggregierte Verhalten von allen zusammen war extrem gleichmäßig und damit auch sehr, sehr gut vorhersehbar. Wenn Sie das Muster hier angucken, Sie sehen, dieses Callcenter war an sieben Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag geöffnet. Nachts hat da kaum jemand angerufen, weil die Leute hoffentlich im Bett lagen und gelegen haben und geschlafen haben. Dann ging das morgens extrem rauf. Das war so die Zeit kurz vor Mittag. Dann sehen Sie hier die Mittagspause. Da wurde es ein bisschen weniger. Nachmittags waren dann vielleicht schon ein paar ein bisschen müde oder hatten nur einen Halbtagsjob. Und dann ging es abends runter. Das war der Montag, der Dienstag, der Mittag, der Donnerstag und der Freitag. Sie konnten also sehen, wie die Leute von Woche zu Woche ein bisschen inaktiver wurden. Die wurden scheinbar dann auch im Wochenverlauf müde. Dann sehen Sie hier den Samstag. Der hat im Prinzip so ein ähnliches Muster wie die anderen Werktage auch, nur auf einem niedrigeren Niveau. Und an dem Sonntag kann man erkennen, dass die Leute schon mal entweder länger geschlafen haben oder vielleicht sind welche in einen Gottesdienst gegangen am Sonntagvormittag. Und dann war die Aktivität nachmittags höher als vormittags am Sonntag. So sahen diese Muster im Prinzip aus. Und weil die sich von Woche zu Woche in einer ähnlichen Art und Weise wiederholt haben, konnte man dann das kollektive Verhalten der Gesamtheit der Menschen sehr, sehr gut prognostizieren, obwohl man über das individuelle Verhalten aller einzelnen Menschen keine vernünftige Aussage machen konnte. Okay, damit sind wir auch schon angekommen an der Grundidee von Prognoserechnungen. Und die Grundidee ist die, dass es so etwas gibt, was wir als einen datenerzeugenden Prozess bezeichnen und dass dieser Prozess eine gewisse Stabilität aufweist. Dass der also erhalten bleibt, dass wir deswegen durch die Beobachtung dieses Prozesses in der Lage sind, die Gesetzmäßigkeiten in diesem Prozess zu identifizieren. Und nachdem wir sie identifiziert oder erkannt haben, können wir sie durch ein Modell auch formal beschreiben. Dafür werden wir dann Instrumente verwenden, wie sie sie aus der Statistik und der Ökonometrie kennen. Das werden die Dinge sein, mit denen wir dann dort arbeiten. Wenn wir ein solches Prognosemodell haben, durch die Beobachtung der Daten der Realität erstellt, dann können wir damit eine Rechnung durchführen, eine Prognoserechnung. Und diese Prognoserechnung, die kann man gedanklich entweder auf das richten, was man schon kennt. Bei Zeitreihen ist das dann typischerweise die Vergangenheit, über die wissen wir schon etwas. Oder es könnte eine Rechnung sein, auf die Zukunft bezogen. Was uns natürlich interessiert im Normalfall, ist das, was in der Zukunft passieren wird. Sonst bräuchten wir gar kein Prognosemodell. Aber auch eine ex-ante Prognose, in Anführungszeichen, hat ihre Berechtigung, weil wir diese Rechnung verwenden können, um zu überprüfen, ob unser Modell denn wenigstens die Vergangenheit prognostizieren kann. Wenn also unser Modell noch nicht mal die Vergangenheit vernünftig beschreibt, haben wir vermutlich auch kein großes Vertrauen, dass es die Zukunft vernünftig vorhersehen kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man beides macht und beides gedanklich auseinander hält. Die Rechnungen ex post für die Vergangenheit und die Rechnungen ex ante für die Zukunft. Vom Grundsatz her läuft das dann ungefähr so ab, wie hier in diesem Bild gezeigt. Wir stellen uns also vor, wir seien gegenwärtig in einer Periode 8 und hätten aus diesen letzten Perioden 1 bis 8 irgendwelche Beobachtungswerte einer Größe, zum Beispiel einer Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen. Das sei also hier in der ersten Periode, da sei es 5 gewesen, das dürfte wahrscheinlich eine 6 gewesen sein, hier vermutlich eine 8, 11 oder 12 würde das sein, aber vielleicht eher 11. So, und Sie sehen also, dass wir hier so ein paar Beobachtungspunkte haben. Und ohne, dass Sie jetzt wahnsinnig viel von Prognosen und von Mathematik verstehen, einfach wenn Sie das Bild aufmalen, müssen Sie kein Genie sein, um zu erkennen, ah, es geht scheinbar aufwärts. Und dann wird man gedanklich versuchen, diesen Prozess zu extrapolieren. Das heißt, das, was wir hier erkennen, in die Zukunft fortzuschreiben, das könnten wir dann machen, indem wir eine mathematische Funktion definieren, hier in dem Fall für eine lineare Funktion, so eine Geradengleichung, bei der wir sagen, die beschreibt insgesamt das, was passiert, ganz gut. Und dann würden wir die quasi in die Zukunft fortschreiben, um hier für die Periode 9 oder die Periode 10 diese Ex-ante-Prognosewerte zu berechnen. Natürlich, wenn wir in der Periode 9 oder 10 angekommen sind, werden wir feststellen, dass diese Prognosewerte wahrscheinlich nicht ganz genau gestimmt haben. Aber offensichtlich sind diese Prognosewerte hier oben plausibler, wenn wir uns die vergangenen Beobachtungen angucken, als, sagen wir mal, minus 500 oder plus 10.000 zu prognostizieren. So, das war also ein erster Einblick in den Gegenstand von Prognoserechnungen. Nachlesen und weiterarbeiten können Sie das alles im Operations Management Tutorial. Und wenn Sie es genauer wissen wollen, schauen Sie sich die nächsten Videos an.